Im Lust, da saßen so zwei Strategen hinter mir. So, jetzt fragt der eine den anderen, du, warum hat Hitler eigentlich die Mauer gebaut? Und jetzt die gute Nachricht, heißt sein viertes Soloprogramm. Jetzt kommt Uli Masut nach Mönchengladbach. Am Freitag, den 11. März, gastiert er im Theater im Gründungshaus in Eiken. Los geht's um 20 Uhr. Tickets erhalten Sie von Dienstag bis Freitag im Theaterbistro oder an den bekannten Vorverkaufsstellen.